Im folgenden Video schauen wir uns die unterschiedlichen Arten von Lehrvideos etwas genauer an. Bezogen auf den Einsatz von Videos in Lehrveranstaltungen lassen sich zunächst grundlegend zwei verschiedene Ansätze unterscheiden. Zum einen kann die Lehrkraft Videos erstellen, um die eigene Lehre zu unterstützen und Lernprozesse zu gestalten. Zum anderen kann das Erstellen von Videos aber auch als didaktische Methode verwendet werden, bei der die Lernenden im Rahmen der Lehrveranstaltung die Aufgabe erhalten, selbst Videos zu einem bestimmten Thema zu produzieren. Der Unterrichtsstoff wird so eigenständig aufbereitet und nachhaltig verarbeitet. Bei der Videoerstellung lassen sich unterschiedliche Herangehensweisen unterscheiden, die ich nun erläutern möchte. Am weitesten verbreitet sind die sogenannten Screencasts. Der Begriff Screencast bezeichnet die Aufnahme der Abläufe auf einem Computer-Desktop. So ein Video kann beispielsweise dazu dienen, kommentierte Präsentationen bzw. Vorträge als Video festzuhalten, den Umgang mit bestimmten Programmen in Tutorials zu erklären, Demos von selbstentwickelter Software zu erstellen oder aber auch bestimmte Arbeitsabläufe zu erläutern. Eine zweite häufig anzutreffende Variante ist das Big Picture. Big Picture ist ein Verfahren, in dem alle Inhalte auf einer großen Fläche, einer Abbildung oder auch einem Poster angeordnet werden. Dies kann beispielsweise eine digitale Abbildung sein, die mithilfe einer Grafiksoftware oder einer bestimmten Präsentationssoftware erstellt wurde. Das Video wird dann mit einer Screencast-Software aufgezeichnet und man fährt Stück für Stück die Fläche ab und kommentiert bzw. erläutert die gezeigten Inhalte. Es kann sich aber auch um ein Poster oder eine Anordnung von Inhalten auf einer Tafel handeln, welche dann mit einem Smartphone oder einer Videokamera abgefilmt wird. Ebenfalls weit verbreitet sind Legevideos. Legevideos versuchen mithilfe von eingeschobenen Bild- und Textelementen Inhalte zu visualisieren. Bild- und Textelemente können hierbei per Hand gestaltet oder am Computer erstellt werden. Die Kamera wird hierbei per Stativ oder durch eine zweite Person auf eine Oberfläche gerichtet, auf der dann die Bild- und Textelemente ein- und wieder herausgeschoben werden. Diese Form von Videos kann vollständig ohne Nachbearbeitung am Computer mit einem Smartphone oder einem Tablet produziert werden. Ein weiterer häufig anzutreffender Typ von Lehrvideos sind die sogenannten Interviews. Interviewszenen sind eine gängige Form, die wir auch aus Fernseh- oder Radioformaten kennen. In der Regel antwortet eine Person auf Fragen einer anderen, die sich nicht im Bild befindet. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Person möglichst das Bild ausfüllt und sich entweder ein wenig rechts oder ein wenig links der Mitte befindet. Im Idealfall ist nur der Oberkörper der Person zu sehen. Die Person, die die Fragen stellt, sitzt neben der Kamera. Außerdem schaut die interviewte Person möglichst nicht direkt in die Kamera, sondern richtet den Blick auf die Person, die die Fragen stellt. Ein weiterer Effekt ist der Zeitraffer-Effekt. Der Zeitraffer, englisch Timelapse, ist ein filmischer Effekt, bei der ein Motiv für eine sehr lange Zeit gefilmt wird. Der Film wird im Anschluss zeitlich sehr stark gestaucht, wodurch die gefilmten Abläufe und Bewegungen im Gegenzug sehr stark beschleunigt werden. Für einen ähnlichen Effekt kann auch eine Fotokamera verwendet werden, die in bestimmten Abständen ein Foto schießt. Zeitrafferaufnahmen bieten sich vor allem bei Phänomenen an, die sehr langsam ablaufen und so vom Menschen nur sehr schwer wahrgenommen werden können. Beispielsweise Gezeitenverläufe, Bewegungen von Pflanzen, Wetterphänomene oder auch Herstellungsprozesse. Den gegenteiligen Effekt nennt man Zeitlupeneffekt. Anders als der Zeitraffer verlangsamt der Zeitlupeneffekt, englisch Slow Motion oder kurz Slow Mo, Bewegungen und Abläufe sehr stark. Die Zeitlupe eignet sich dafür, Bewegungen und Abläufe sichtbar zu machen, die normalerweise zu schnell sind, um vom Menschen richtig wahrgenommen werden zu können. Um gute Zeitlupeneffekte zu ermöglichen, muss die Kamera oder das Smartphone in der Lage sein, Filmaufnahmen zu machen, bei denen eine hohe Anzahl an Bildern pro Sekunde aufgenommen wird. Umso mehr Bilder die Kamera in einer Sekunde aufnehmen kann, umso besser und flüssiger können die Bewegungsabläufe verlangsamt dargestellt werden. Als Fazit lässt sich festhalten. Die unterschiedlichen vorgestellten Konzepte und Effekte können in Lehrvideos separat auftreten oder zumindest den Schwerpunkt eines Videos darstellen. Es können aber auch mehrere dieser Konzepte parallel in einem Video auftauchen, um das Video so abwechslungsreicher zu gestalten. Aktuelle Smartphones und Tablets sind mit unterschiedlichen vorinstallierten Apps ausgestattet, die einem ermöglichen, Videos aufzunehmen und zu schneiden, ohne dass ein Computer für die Nachbearbeitung benötigt wird. Häufig verfügen die Kamera-Apps auch über einige der vorgestellten Funktionen, wie zum Beispiel den Zeitraffer oder den Zeitlupeneffekt. Auf aktuellen Computern und Tablets gibt es häufig auch die Funktionen, ohne zusätzliche Software einen Screencast als Video aufzuzeichnen. Zusätzlich lassen sich aber auch spezielle Apps installieren, beispielsweise für ein Stop-Motion-Video oder die Videonachbearbeitung. www.td.gm.a.de